willkommen zu einer weiteren ausgabe von tales from the borderlands ja wir sind gerade mit dem raumschiff auf dem weg zur helios allerdings gab es keine kommunikationen und scooter und ich sind raus geflogen um das problem zu beheben jetzt hat sich allerdings ereignet das scooter mit seiner hand im triebwerk feststeckt und dieses triebwerk müssen wir leider von unserem raumschiff lösen da wir uns in alle drauf gehen war ja wie werden wir bloß aus dieser situation da herauskommen inklusive scooter denn wir wollen ja nicht dass er stirbt so weiter geht's guys that rocket's that critical you gotta hurry no compensating on this one no no i can pull you out listen there ain't nothing you can do that i ain't already tried okay this can't be happening uh what's going on out there yes don't you worry fiona's got this hey hey you gotta go over there pull that latch and cut this rocket loose there's no time for anything else you understand understand no i am not leaving you that is not an option it is and that's the only option all right no fiona look at me this baby's gonna blow okay that is happening and you can't be here when it does now don't you go feeling all sorry for me all right people on pandora will be talking about that old scooter for a long time can't think of a more epic way to go y'all should be so lucky you're a hero you know that right i kind of am huh you are well it feels good right rocket is way past critical guys i'm not going to go on i gotta catch a ride all right all right y'all it's probably him but you see moxie rarely you tell him i did some awesome oh shit okay it's been real catch a ride das gute nein nein wieso ich werde niemals vergessen damals ein ball in science was ich weiß nicht das war schon was wir tun wir haben es besser Das ist das, was wir können. Er hat wirklich gewonnen. Er hat das wirklich gewonnen. Das ist das wenig wir können. Mach es etwas gut. Das ist das wenig wir können. Das ist das wenig wir können. Ich weiß, was es ist zu verlieren. Ich weiß, was es ist zu verlieren jemanden, die du interessiert. Die schlimmste Sache ist, Scooter war das beste von uns. Er hat so viel besser gewonnen. Er war so viel besser. Er war definitiv einer der schönsten Leute, die ich auf Pandora sah. Aber das ist wahrscheinlich nicht so viel. In any way, wir hatten nicht viel Zeit, um zu mourn. Die Dinge haben angefangen, als ob wir auf Helios landeten. Also, wenn es nicht zu antworten. Das ist perfekt. Du hast in Hyperion gefangen, Identifikate dich immediately. Okay, gang. Hier geht's. Hier geht's. Ich spreche. Identifikate dich, oder du werden dich verletzt. Nein, wir werden dich verletzt. Wir werden uns ausprobieren. Wir werden ... Das ist dein Boss, Jackass. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Du bist der lustige. Wir werden sehen, wie lustig ich bin, wenn du hier runterkriegst. Ich weiß, dass du erinnert bist, dass ich zurück bin, also ich lasse es gehen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt hier bei Telltale gestorben ist, weißt du? Das ist... wow. Du hast ein paar Dinge zu antworten. Vazquez, das ist fast so, wie... was das Wort? Providence? Sup, Frau, was hast du gemacht? Talkin' about boys? Nein, nur über die Masagernisse und wie es sich in Corporate Executives befindet. Oh, ja. Just getting around. Und boys, Captain's brother is finally marrying his boyfriend. Das ist der happiest I've ever been. Orders are to verify what the hell you were doing down on Pandora. Ah, take it easy, guys. I just landed. In a hunk of Pandoran trash, no less. With half a loader bot stuck to the top. Huck. Oh, wie komm ich da bloß wieder raus? So, what were you doing down there? Not too often the top brass venture to that dirt pile. I was dealing with the Reese and, uh, Vaughn situation. The who and what situation? Reese and Vaughn. The two criminal masterminds who had the gall to try to rip off the corporation that nurtured them. One of them is really handsome. Hm, sounds made up. Yeah, but I got, you know, very important places to be. So I'll just be... Oh, no way. Nah. Nah. What do you mean nah? Here's how it is. I'm a boss. I'm a boss. Let me go. I'm here full of piss and bullets with some made up story about Reese and Vaughn characters. So now? You're not going anywhere. I'll take it from here. He was ex machina. We need to catch up. Bring it in for testing. What the hell happened to Reese? This is unbelievable. It wasn't supposed to go down like this. Could we talk somewhere that's less exposed? We're fine right here. I'd like to shed more light on the situation. The situation? Is that you brought Reese back in pieces. Our deal was clear. You were supposed to retrieve his head so management could download whatever the hell was inside of there that was so damn valuable. Now we'll never collect the reward. Cause you lost a critical Hyperion asset. Deal? What deal? It's a little late to play dumb Hugo. So we agreed that I'd bring you Reese's head? This is priceless. This is priceless. You had one job, Ben. Well, you blew it. I'm taking you straight to management. Let's see how you like answering to them. I've had it with you. Let's see how big of a smart ass you are under questioning. How many baggies would you like? Excuse me? Well, it's just that my colleagues tend to die badly. Anderson, Reese... I could go on. And if things were to go south, I'd like to know your preference. One big bag, or a bunch of little ones. Maybe with the cute zip ties? They make them in a million colors. Never start what you can't finish. Ah, man. Da habe ich mich aber in was reingeritten. Katastrophe. Aber ja, die ganz Leute, die akzeptieren mich. Okay, gut. Hacken wir mal das blöde Ding. Ja, also wir machen das am besten. Kinderspiel. Hacken. Ich habe immer noch einen Roboter. Und es habe mich nicht vergessen, ne? Und wir sind late. Oh, für das Passwort. Ich wette, es war Handsome Jack, oder? Alright, alright. You wanna dance? Let's dance. Oh, was muss ich hier machen? Hey, not bad, Killer. Good luck keeping up your face, pal. Bet that little cyber armor here is getting... ...with the tired. Alter. Jaaaa. The security is a bit tougher than I expected. And now I brought the program. So let's send an icebreaker into that frozen sea of code, shall we? Okay. Na, komm Jack, auf geht's. Aha, wir sind ja ein super Team, Jack. Sehr schön, Teamwork. Aha, security cameras have been breached. Now, go forth and lay waste, my son. Sehr wohl. Just one sec, let me find you. Hmm. Hmm. Sieht mir nicht so aus. Ne. Ne. Ne, sieht mir nicht so aus. Okay. Was haben wir denn hier? Ah, gefunden. See you later. Die Klamotten stehen den. Schicke Hyperion Uniform. Hmm. Jaaaa. Da war ich bei den Ziprisiken. Hm. Hm. Ich bin der Beine. Und dann sind wir aus. Und zwar könnte ich eine neue Hand. Das ist eine Tourguide für ein Ort, das wir noch nie waren und nichts darüber wissen. Das wird gut enden. Natürlich wird das gut enden. die 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 Menge Charaktere Tourschild oberte mal oder ich schaue Koma des Händen Jack zum Papa aussteller von denen Hansen sind er ist ein Held verdammt hyperion Leute auch Taschendiebstahl wenn ich das richtig sehe oder ja komm was klauen wir denen jetzt sehr schön hier ist Blut dran jetzt müssen wir hoffen dass das Blut ist dort er hat ja knete bei sich das ja reicher Mensch gewesen der kein Geld mehr mhm was für Verlierer hey ja wer ist denn jetzt die unhöfliche wa ja blechdose ich habe ich habe gebraucht und gebraucht ich war auch gebraucht ich war auch gebraucht zu tanzen süß süßer kleiner ja was mit dir ich kann dich überhaupt nicht leiden ich lasse dich einfach da links stehen ich mag überhaupt nicht den Brillenträger die da sie ist ja Frau geil geil hm der ausgereicht genial ist ja der höhere rang von denen general ja komm tu liess tu it ja oh schnur ja oh schnur das ist eine schnur die nein oh ja oh oh nein das ist so terrible nothing gets coffee and whiskey out ne he 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 do you have any idea who this is a nice tour guide lady the tour guide lady the tour guide lady meint come on i'll help you find a change of clothes you know have you ever considered a management position i mean the way you demean that little robot you'd be perfect where do i put it in my application katastrophe ja ein bisschen lesben action warum nicht ne hello you have the privilege of speaking to helios's newest tour guide well done your criminal instinct shines again i'm heading up to jack's office with gordis hi reese oh damn it what what's happening they know they've been hacked i got this but you need a hurry and keep a low profile das kann was werden keep your eyes on the prize aber jetzt werden was ist denn das so eine strumpfwurst die die da hat das ist doch so ein art Bienenwabenmuster was ist doch helios ist unheightened alert please report an suspicious activity immediately meeeeh oh eeh hallo hallo Ich mag nicht ihre Gesichter! Sie sind nicht bewegend! Wer ist das? Äh, sie sieht kaum Hyperion aus. Also, ihr seid ein Tour-Grupp. Wir sind die handsome Jack-VIP-Experience. Das beste Tour, Geld zu kaufen. Es besser sein. Also, sind wir uns die Tour oder nicht? Ja. Oh, oh. Ja. Ja, wir machen's, komm. Du hast uns lange genug erwartet. Ja, wir beginnen die Tour. Okay. VIPs. Na, get ready for a once in a lifetime experience. Wir sind uns. Here we go. The first stop of the handsome Jack-VIP-Experience. Am Anfang war auf Pandora Chaos. Die bösen Kammerjäger besiegte er. Und was hat der handsome Jack gemacht? Äh, ein Vault-Monster. Und dann... Das stimmt super. You are totally blown my mind right now. Okay, wir müssen uns konzentrieren, ne? Aber achten mal auf die Strumpfhose. Es ist ja furchtbar. Die ist wie... Ähm, nicht doch. Das ist ja furchtbar. Das, meine Freunde, ist... Asuka, wie? No freaking way! Jack's infamous horse, made from real diamonds. And, ahh... Wish I had a horse like that. Wish I had diamonds like that. If you feed it, this stallion will craft high velocity weaponry. Oh, this is Butt Stallion. Oh, okay. Wenn du mir folgst, sind wir auf unser dritter und finales Exhibit. Oh, ich kann nicht wundern. Was ist das? Das sieht einfach nur wie ein Stadion. Ich glaube, ich habe einen in meinem Büro. Das, meine Damen und Herren, ist Jack's Chair of Champions. Er hat jede große Entscheidung von diesem Chair. Er hat Brunch, Lunch und Essen hier. Er hat es sogar auf die Seite von seinem Diamond Pony zu pranzieren. Kann ich in der Chair? Das Chair ist nicht für Sitten. Sorry about that. Ich habe mich in der Chair für ein Throne, wenn ich meine Drift. Wait a minute, das war nicht nur ein Exhibit. So, warum würdest du uns sagen, dass es so ist? Ich glaube, sie nennen die Leute so einen Lied. Ha, erwischt! Boom, gotcha! Good one, right? All right, genug Chit-Chat. Komm her, so ihr könnt Jack's Office sehen. Ah, der Dreck geht durch den Kontrollpunkt. Scheiße, ich habe das hier noch nie gemacht. Äh, ja, wie geht's da durch? Und so, Piepen. Und wir werden sterben. Ich brauche dich, um zu stecken und deine Arme zu erheben. Hoho, ich wusste, dass es etwas über sie gab. Scheiße. Jack, äh... Das ist ein, ähm... Ja. Was war ein Gift? Was ist da drin? Schau dir selbst. Keine Metallobjekt. Nächste Mal, es ist es mir. Entstanden. Hohoho! Wir sind fast da. Jetzt für das Hauptevent. Selbst du kannst das für mich nicht verhören. Wer ist damit, ne? Gordon, kannst du die Beacon finden? Es muss irgendwo sein. Lass mich mal schauen. Hm. Ich kann es nicht von hier sehen. Vielleicht kann ich nur... Stopp. Warum? Oh, Mann. Ich... 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 Ich kann nicht glauben, dass wir hier sind. Äh... Hier ist es. Dein Hero's Office. Ist es sicher, dass es in die Richtung geht? Äh... Nein. Nein. Dann geht rein und stirbt. Ah! Okay, äh... Let's go. Everybody out. I'm not cleaning that shit up again. You got this. Vor allem, die müsste ja nicht auffallen, dass ich jetzt nicht die Tourleiterin bin. Oh, die Strumpfhose, die ist so unfassbar hässlich. Oh, Gott. Oh, Gott. Dammit. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich kann ja nicht in Jacks office sein. A lot. I-I-I can't seem to get in. I mean, the lockdown security system must be on a global grid or something. No, so I can understand. It means that we need another way in. Okay, okay, we just... I just need to think about this for a second and... Maybe if we... Um, hold tight, I gotta call you back in. That's here. Crap. He said to hold tight! So ein süßer, kleiner Roboter, nö? Scheiße. I know it. Uh, really want to talk to me like that. You can't just come back after what you did and expect things to be the same. Sure I can. We had a deal, asshole. I dragged Reese and Vaughn all across Pandora for you. I refused them supplies when they needed them. And all you had to do was bring me whatever the hell was living inside Reese's head. I knew I shouldn't have trusted you. Of course, you betrayed me. You're only out for yourself. If you couldn't handle the risk, maybe you shouldn't have taken Vasquez's deal. My deal. I am Vasquez's in the, uh... So in the first place, maybe you shouldn't have... Weren't Reese and Vaughn your friends? They were dead the second they set put on Pandora. If I was gonna lose them anyway, I might as well get something out of it. But you still haven't answered me. Why bring the body that wasn't Reese? I can't believe you thought I wouldn't find out. Well, you seriously underestimated me. Valerie's the one who pawned that body off on me. She must have switched corpses. I wouldn't worry though, Reese is probably still dead. I want his head here. I don't care if he's dead somewhere else. No, you really don't. I have no idea what's going on here, but I don't like it. I'm calling security. Thank you for calling security. Hey, how you doing? Uh, get her off the phone if I was you, unless you want to be a bullet sponge. I need your... Yeah, cool. Time to decide what's mightier, the pen of the punch. All security officers are busy. Please continue to hold. A reminder. Ja, schwierig. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Events. We need to talk. Oh, yeah? What about? Toad. You got this, pal. Don't mess it up or we'll die. Security officers are busy eliminating other threats and we'll take your call in the order it was received. If you are still alive, press one now. You're gonna want to put that phone down. And why's that? Oh, I don't know. Maybe you should ask Henderson. Oh, wait. You can't because I threw his ass out of an arrow. Come on. You're not really gonna do that, are you? There's a ton of security nearby. I wouldn't push my luck if I were you. I'm a betting man. Always have been. Right now, I'm feeling pretty damn good about my odds. Even with guards nearby. So, what do you say, Yvette? Do you like gambling? I, um, I'll give you a little more time. But I'm watching you. I wouldn't have it any other way. Verdammt, 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 was knapp. Oh, die Strumpfhosen. Oh Gott, hab ich grad gesehen an der Beine. Auch furchtbar. We have, you know, a mission to accomplish. Yvette sold us out to Vasquez. I thought she was our friend. Oh, friends are rare when money's on the table. I'm sorry, Reese. So, yeah, Jack's office is on total lockdown and I can't get the beacon. Little help? I'm working on it. Well, work faster. No beacon means no luck means everybody's gonna die. At least we're all doomed together. Yay! Come on, Reese, it'll come to you. You know, if I were you in there with Yvette, I would've let my stun baton do the talking. Well, that's not quite true. If I were you, I would've bought Yvette, a one-way ticket to strangulation town, with a brief stop at making her eyes bug out real weird station. You're here. Oh, good. Yeah, I could do without the sarcasm, Reese. I don't see you overflowing with ideas. Sorry, distressed. I'll call you back. Wait, what? Reese! As I was saying, I'm here to help. Just surprised a handsome Jack fan like you doesn't know I have a trapdoor in my office. And let me tell you, you're gonna love it. As long as blood doesn't make you squeamish, and, yeah, maybe some brains and whatnot. For what? You know, the usual and boring meetings, shit can't upstart executives, yadda yadda yadda. Look, the point is, that's the centerpiece of your new plan. You're gonna need to go in the out hole while someone yanks the lever. It's not as sexy as it sounds, a lot of people die down there. No. What did I agree to? A brilliant plan. With my office on lockdown, climbing up the trapdoor is the only way in. And you get to do it all from the safety of a prison cell. I mean, I've heard of some killer plans in my time. This one takes the cupcake. You're telling me I will be the first person to go through your trapdoor and live to tell about it. First and probably the last. Okay, then. Guess that counts as a plan. Yeah, it does. Alright, the first step though is to make sure that con artist babe of yours joins you on the prison level and we're golden. You can access the jackhole there. Yeah, geil. Jax's kleines glory hole. Hab ich Bock drauf. Tell me, you've got a plan. Oh, yeah. It's a real doozy. Let's hear it. Hey, Fee, you have got to see the head tour guide's office. The view is unbelievable. Not now. We gotta change the plan. What's up? You need to get down to the prison level now. Got it. On my way. Alright, I'll see you there. Wait, how? I don't have clearance for that. Oh, right. Just get arrested. Arrested? That's the exact opposite of what we've been trying to do. Just do it and do it quick. I gotta go. Alright. We do this pandoran style. Das bedeutet... Oh, die Strumpfhose ist so hässlich. Oh, Gott. Nein. Was zerstören wir? Ich glaube, wir schänden... Arschgaul. Arschgaul. What do you think you're doing? Putting this horse down. I'm ready for prison life. Why... Why is it... Why is it doing that? Why is it bleeding? Why is there blood? Schlegger hat er gesagt, das ist ein echtes Diamantpony. Ja, es war erdbeermarmelade, genau. Arschgaul ist mit Erdbeermarmelade gefüllt, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass die das jetzt erschießt. Ich dachte, die stößt Arschgaul nur um. Wohin? Wohin? Hey, I don't know, if you can hear me, but I'm with Cassius. He saved me back there and we're just... I don't know where, but we're eating Drakefruit. Really wanna... With the... Von? With the thing. Von? Vasquez! Talk or walk, ladies. I don't have time for both. You made me and my accounting boys look like idiots with that 10 million you stole. It's gonna take years to do all the paperwork. Better. Up to it. Ahem. Sorry. Just ate a burrito. Never mess with accountants, Vasquez. You can always count on us outnumbering you. Smoke them! Oh, oh. Oh, oh. Ich hab Geiseln genommen. Das sind halt nicht wie diese eine Xbox-Werbung. Das war das ja genauso gewesen. Alter, ist das geil. Granate fliegt zurück. Geil. Bang. Ach, Granatenstift gezogen. Ah, ist das geil. Alter, ist das geil. Oh, das klopst du nicht. Das ist so geil. Oh, Raketenwerfer. Okay, alles klar. Dreck. Hey, du musst aufsterben. Hat der gerade geritten, wer von der Sack. Hier. Chris, Granate. Ach, ich war ein Messer. Ach so. Wo kommen die alle her? Die vermehren sich. Hausmeister, werf dich hin. Du bist auch tot. Und du auch. Hey, hallo. Leg dich hin. Du bist auch tot. Hallo, der muss auch sterben. Warum leg dich nicht auch hin? Ach so. Spätsünder. Ich verstehe. Wollte noch fertig telefonieren. Na, wie in die seinen Xbox-Werbung? Das war genauso gewesen. Bei der Xbox-Werbung, da haben die auch so Fingerpistolen gemacht. Und Penggeräusche von sich gegeben. Und dann sind sie auch alle tot umgefallen. Ja, ja. Ist das geil. Oh, das ist doch herrlich. Ich will das nochmal machen. Komm. Ich will das nochmal spielen. Jetzt. Du hast fast saut. Nein. Nein. Oh, das geht's. Not Reese. What a stupid robot. Am I right? Yeah, based on what I saw upstairs, she's not the brightest tool in the shed. That doesn't make sense. Quack. So, what is it that I can help you with, Mr. Vasquez? Ja, Koks, Nut nenne ich dich gerne, ne? Die Nut nehme ich da drüben, noch das Koks. The incident upstairs. This is all under control. Just another case of vandalism on the Handsome Jack tour. Yeah, I've got some heavy interrogation ahead of me with this Pandoran scum. Interrogation? Oh, yeah. You don't do whatever they did and not get some interrogation for your trouble. Well, you know what I'm saying? I guess so. Go on and grab some lunch or something. Hey, I hear the macaroni is good. I got this handled. I do love macaroni. Let me know if you need anything. Well do. Nice job. Hey, Gordas, just so you know, I didn't mean that. I was just acting. I know, you were acting me. It's okay. Why is my heart breaking right now? So, what is this plan exactly? Found out about a trap door that leads to Jack's office. We just got to figure out a way up. Oh. I'm guessing the plan doesn't involve you doing most by a death machine. Oh. 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 That's a problem. How can we help? By figuring out a way to shut that thing off so I can get up there. But now I pull you up on the comms so you can identify the piece. That looks like a plan. Wait, we gotta go up that scary dark hole? I think Reese is the only one scrawny enough to fit. Phew. Oh, glad I got these new ones. Brüon. Ich hab keine Ahnung, ob das die richtige Entscheidung ist. Vielleicht sterben wir aber auch alle. Mal gucken. Oh, es geht. Ach ja, jemand muss den Hebel festhalten. Ja, hat er ja Winkel auf den Jack. Der Jackie Boy. Oh boy. Grab the dance and you hold this cock. Don't worry about hurting me. Just climb on up. Well, I guess it's tough to hurt someone made of metal. Oh no, this is excruciatingly painful. But hey, I'm a team player. Reese wouldn't let us down. Oh, you haven't been around him as long as I have. You know, Fiona, sometimes you just got to trust people. That hasn't worked out for me so far. Well, maybe this time is different. That looks so dämlich aus. You might just give me a little boost up there. No, wrong. Hurry up, Reese. Okay. Boom. Genau, schön festhalten. Hm. Besser ist das. Oh Gott, nee. You heard her? Why? Why? Ey, war, wenn die da kurz das Ding loslässt, ne, dann bin ich Hackfleisch. Dann kannst du mich nur noch aufs Brötchen schmieren. You've got some impeccable timing. Hey, I don't know when you gave her the slip. But Fingon Kroger are out there looking for you. And things are gonna get messy if you start messing with us. Don't forget what's on the line here. You get us what we want, what we agreed to, and no one has to get hurt. Look, we had a change plan. There were... Komplikations. Well, let me unkomplikations. Get the beacon. Bring it to me. Yeah, working on it. Good. Yeah. All in the pre-seekle. Ich erinnere mich. Ja, ja. Hey, check you out. You made it. In the end, we make a pretty good team, huh? I mean, we had our differences, but we got here. My office. My office. Well, uh... Our office now. Got to say, Jack, I... I couldn't have made it here without you. Hey. Same to you, man. Wow. I used to dream about being here. Anyway. Where is the gorgeous beacon? It's got to be over there somewhere. It's where all the corporate warfare fallout is. A ton of Atlas crap. Soak it in, kid. Enjoy yourself. Oh, yeah. Wir gucken uns alles an. There's really no rush here. Just take it easy. Oh, Elpis, der Mond, ah. Where the guns are cold, the women are warm, and butt slams are your primary method of communication. Gotta love it. Das wegt die noch rum. Oh, Elpis, the physical. Guter Teil. Ach ja, die Spalte. Yeah, a lot of people said similar things about me. Except for the scarred moon thing. That'd be weird. Ja, ja, ja. Bei dieser fette Laser und wieder reingeschossen hatte. Oh. 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 Sachen auf Schreibtisch. Was haben wir denn hier? Angel. Äh, ja. Okay. Also, dieser Jack weiß nicht, dass Angel bereits tot ist zu diesem Moment. Alles klar. So. Was ist das? Was ist das? Ah, es ist ein Stück von einem früheren Immortality-Suit-Prototype. Aber es, äh, hat das Subjekt. Oh, das ist großartig. Aber nur nicht, worauf wir gehen. Ah, ja. So, ne, nicht ein Unsterblichkeitsanzug wie ein Wolfenstein. Hat sicher, ähm, der große Bösewicht ja auch gebastelt gehabt, ne? Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ihr wisst, wie ich meine, ne? Zweiter Weltkrieg und so, ihr wisst, was ich meine. Oh, hier rechts geht's immer noch weiter. Ja, wir gucken uns hier mal in Ruhe um. Wir können aber auch das Ding aktivieren. Ah. Ah. Foto. Analyse. Fotoerinnerungen in Ehren gehalten. Angel ist Handsome Jacks Tochter. Man könnte meinen, Jack hätte, doch Jack hätte mehr als eine bei all seinen planetarischen und sexuellen Eroberungen. Nö. Manche nennen sie spaßhalber Handsome Jill. Jack and Jill, ah ja. Katastrophe. Jack and Jill, äh, das war ein Film mit, ich glaube, sagen wir mal schnell. Ah, wie heißt es, ein Schauspieler? Adam Sandler, mit Adam Sandler war das ein Film gewesen, mit den Zwillingen, ja. Furchtbarer Film, guckt ihn euch niemals an, bitte. Ja, ich weiß, ähm, Al Pacino spielt dort mit, aber bitte nicht. Schaut euch lieber Scarface an. Richtig geiler Film, auch mit Al Pacino. Den Film müsst ihr euch angucken. Hand eines Endloskletts. Gut für zermalmende Händdruck. Sehr hohe High Fives. Ganz, ganz innere Berührungen. Oh, 5 gegen Willi, sehr schön. Elpe scannen. Mond, ab dem wir mal Oval. Dahl, ein Großkonzerngesellschaft, hat auf diesen Mond derart viele abgebaut, dass er weit auseinandergebrochen ist. Ein Ergebnis ist als das große Bärsten bekannt wurde. Manche Monde haben Gesichter. Elpes hat einen Hintern. Geil. Ritze. Die Ritze von Elpes, der Schönheitsfleck, der Schönheitsfleck von Elpes. Die Arschritze von Elpes. Das darf nicht wahr sein. 2 Milliarden Kilotonnen geothermisches Gas treten täglich aus dieser Ritze von Elpes aus. Das sind zu viele Informationen. Ich gehe wieder. Hier links scheint es noch irgendwas zu geben. Okay. Ja, was haben wir denn hier? Skinner. Oh, was ist das? Neuer Kopfskin oder was? Blablabla, Tessitor. Ach nee. Ah nee. Ja, Tessitor hatte so einen hessischen Spitzbord gehabt. Dieser Spitzbord gehörte Harald Tessitor, dem früheren Geschäftsführer und Präsidenten von Hyperion, der von Handsome Jack erdrosselt wurde. Er riecht leicht nach Fisch. Pfui. Ey. Warte, ist das nicht die Konferenz Call? Her damit. Es ist die... Es ist die Konferenz Call. Her damit. Oh Gott, ich will die haben. Das ist die beste Pumpe, die du als Balllands 2 bekommen konntest. Richtig geil. Verzeihung. Ich will die haben. Ich muss die haben. Social Konferenz Call. Mehr als nötig. Abgefallen Schüsse. Siehe oben. Seltenheitsgrad. Ein Erbstück zum Weitergeben an deine Enkel. Bürodekor. Acker. Ein Machtkrampf. Geschosse, die mit dem SSC abgefault werden, können zusätzliche Geschosse erzeugen. Ich weiß. Darum. Das ist die beste Pumpe, die du halt im zweiten Teil bekommen konntest. Und die konnte es nur bekommen vom Krieger, wenn du Jack getötet hast. Tita. Ich hab was trinken. Warte mal. Okay. Besitzerurkunde. Ein Anspruch. Hundertprozentige Atlas Eigentümerschaft mit Kaffeeflecken. Diese Urkunde verleiht dem Besitzer die Kontrolle über die gesamte Atlas Corporation. Alle Firmen, Wagen, alle Außenplanetaren Bankkonten. Alles. Nicht verlieren. Ja. Will ich haben. Nämlich mit. Ein Hut. Zeig. Getty Up Girl. Breit. Voller Schweißflecken. Höhlen der Kinderarbeit von Pandora. Dieser Kinderhand gefertigte Hinterwettler Cowgirl Hut wird den Träger beliebt. Warte mal. Ist das nicht sogar der Hut von Nisha? Doch von Nisha aus The Precicle. Doch. Weil Jack und Nisha die hatten ja so ein ähm. Die standen sich ja sehr nah. Von dem her. Ist das der? Dieser Kinder gefertigte Hinterwettler Cowgirl Hut wird den Träger. Wird den Träger beliebter machen als ein Spuckfleck in der Wüste. Welche dort ziemlich populär ist. Was ist das? Unbekannte Demerstand. Irgendwo ein Teil. Direkt vor. Ötlich Helios. Zeitbrunch. Keine Ahnung. Na ja. Als Good Handsome Jack. Also gibt es doch wahrscheinlich eine irrwitzige Geschichte zu diesem Ding. vielleicht fragst du ihn mal. Sollte ich machen. Was ist das? Bla bla bla. Zweck? Das ist er? Ach kann ich nicht. Und das ist er? Äh. Okay. Fragen wir den guten Händen. Check was das für Dinger sind. Oh warte mal. Ist das nicht sogar das Ding was wir suchen? Oh man kann ich auch so drauf zugreifen? Warte mal. Ich will die Konferenz Coy mitnehmen. Warte. Ja. Tee will ich mitnehmen. Gib her. Oh das. Dieses Schotgun. Es ist legendfreakendärer. Ja. Ich will das Ding mitnehmen. Gib her. Ja. Ist gut. Aber ich will trotzdem mitnehmen. Hallo. Es ist. Es ist eine Konferenz Coy. Ja. Die Konferenz Coy. Die Konferenz Coy. Ja. Hallo. Eine der geilsten Waffen aller Zeiten. Das will ich vielleicht mal mitnehmen. Das ist geil. Zeig mal. Jake. Was hast du dazu sagen? Du gehst Atlas? Ja. Das ist richtig. Ich gehst das ganze Hebang. Geil. Nimm es mit Weez. Nimm es mit. Es ist dein Schicksal. Das ist ein Schicksal. Es ist ein Schicksal. Was hast du den Koffer? Ich habe einen Koffer. Es hat mich nicht mehr Koffer. Das war meine Frau Freundin. Mit dem ersten hat sie wohl daran kann. Ich war die erste war, bevor sie sich eine sexy Badass-Sherif-Type-Cock geworden ist. Wie hat sie sich zuerst verantwortlich gemacht? Seiniger. ja macht sinn was ist das jack jack hatte zu mir zu sagen hey ja regenbogen vielleicht ist ja auch dieser kleine kristall man weiß ja nicht was das es ist doch dieser kleine kristall dazu nach ich so ok geil aber ich will die erste kunde mitnehmen hier ist nicht nur ganz kurz noch mal zurückgehen ich will das hier ich will die kommt mal woher man kann ich nicht mehr reden cooler vertrag ja es ist immer ein plassier communi mit einem spirituell brother hey cupcake woher du get all these okay totally honest full disclosure heck on that accent about a lot of fakes had to immolate a fair number of vendors but those are the real deal relics from the rebellion of the corporations against the central government's you know wonder what it was like back then big group of turd people telling us what to do way better to have a bunch of smaller groups of turd people to me am i right yeah what's this stuff ah trophies to my majesty obviously let's see what we got here uh best hyperion ceo third place hyperion invitational track meet never my strongest suit a couple of science fair awards when i was a kid okay so if you had to pick only one of your accomplishments one that stood out the most what would it be you know i'll be honest it wouldn't be in this case my goal was immortality and now nagiyama blesses creepy little soul got me part way there but it felt through our grasp like sand through an hourglass whoa deep i know right great talk yeah it's always a pleasure communi with a spiritual brother a little was for a geiler heimtas nur schon zugegeben not jack der geile heimt ist ich bin immer gespannt was mich jetzt erwarten wird ich habe noch drei minuten zeit sollte ich auch vielleicht jetzt schon beenden wir setzen uns mal rein we should be able to still open the ball right so this is where it all happened if by it all you mean the sex my girlfriend and i had then yes geil nisha und henson jack hat mir eine menge sex gehabt gleich abscannen sex riecht man dieses sex noch nein okay setzt sich rein und genieße ist der chef an hyperion zu sein and now you're here at all start how's it feel kiddo okay for a cushy chair with a bunch of big important buttons that can raise hellfire on people it's good to be the king i knew there was a reason we got along so well kid you get it but say we shared the power i had when i sat in this room what would you do war schwierig was würden wir dann stellen viele viele unanständige sachen jedenfalls drogen machine is off did you get the bacon we're ready for you all good it's getting into position someone is here oh oh who is it you're talking to they told me to stay quiet oops i did it again oh oh wer ist das will er mich umbringen ja geh mal her ob das klappt ich bezweifle mal gott na komm es ist es ich hab noch ein paar sekunden auch nicht die ok passt euch auf ciao Schluss gut guckst Bagst count corgst philosopher 普 guckst coworkst guckst guckst 来